Hallo ihr Lieben und wir kommen mal wieder zurück bei Hearthstone mit mir, Maru, weiter geht es mit unserem komischen Doiden in der komischen Arena mit komischen Göttern und alten Sachen und was uns sonst so einfällt. Malfurion und Malfurion Wir haben eine 1 und eine 2, das ist gut, die 3 hebt man sogar auch mal auf, weil es, dass wenn du Graviers nichts rauskommt, dann haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, das ist ideal. 1 Haha, der kann nichts dagegen machen. Doch, er kann ein Minionspiel, aber ich spiele, oh so, noch besser. Ich nehme dann natürlich den Panzer mit und coin meine Klaue. 1 für 1 Und habe eine super gute Kurve jetzt. Dann haben wir 2 Schaden, das heißt, wir werden auch super gut traden. Vielleicht muss ich natürlich die Wild Wut nehmen. Das war meine Katze. Nö. Nö. Dann natürlich nicht. Generell der Regel. Und trade nicht rein. Er kann den Swiper. Na klar. Nimm immer Swipes. Okay. Okay, er hatte keinen Swip. Ich kämpfe. Tröd! Was wir machen... Okay. Das ist halt so. Dafür haben wir... Erst daran haben wir noch irgendwas, was wir nutzen können. Bei den 5 Schaden kannst du dich blocke. Ah. Dürfen wir wirklich zusammenspielen? In eures Zuges, ok. Ich habe den Tiger im Tank. Tiger im Tank und Mööööööööö. Ah, so gern ich nicht spielen würde. Das gibt mir mehr Power. Möööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Jetzt spielen wir den und buffen ihn in die Runde. Haa, jetzt wird eh gebufft. Wie scheinern wir jetzt? 6, plus 4, plus 1. Das heißt, wir könnten gewinnen, wenn wir das hier was gutes ziehen. Ein Zauber. Vielleicht das? Müsste. Bam. So, bei der Jeter steht's. Malfurion gegen Thrall. Eure Zeit ist gekommen. Bessere 2. Bye. Was tun? 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 Oh, Mörgelgirgels. Bödem Power. Bödem Power. Bödem Power. Bödem Power. Bödem Power. Ist okay. Bödem Power. 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 Diagnose. Bödem Power. Bödem Power. Bödem Power. Channing. оп-s konnte. Hall quant cannitioniert. Zack und Zack. Trocknicht um. Trock jetzt ist ganz tot. Da ich die spielen möchte für Karten. Ah, das Borgenschnitzel. Oh, Zorn. Ah, Zorn passt doch wunderbar. Sehr, sehr liebensgewürzig. So, nächste Vorbereitung für ewig epische Kombos. Mal gucken, ob wir Neidron Drachen, die wir benutzen können. Kröt. Ich habe so einen tödlichen Schaden auf dem Feld. Okay. Er knistert mich weg. Nur schade, dass es nicht reichen wird. Okay. Malphurion gegen Jaina. Wieder mal ein tinchen Eine Jain? Dann wieder unsere gute Alt 1. Und eine gute Alt 2. und eine vernünftige Drehzimmer ummogeln. Oder einfach. Okay. Eins. In der Fall natürlich Taunt mit mehr Leben. Zwei. Na? 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 Was soll ich nur tun? Das ist doch ganz einfach. Zack. 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 Und das Worgenschnitzel in die Mitte. Ich habe Blut gelegt. Also das frottierte Worgenschnitzel. In die Mitte. Da ist das Schleim. Dann geht die Power. Die Max. Die Max. Die Max. Die Max. Dasng hat. Das war's. Sie hat's. Was macht John Ramp 0? Feuerball Mbk Mega Bär Mechkatze Mbk 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 Okay, neuer Versuch. Wie viel AOE hat er denn noch? Ah, Quaken. Ah, Mann. Hier, das muss ich wohl machen. Aber vorher wollen wir den kleinen Blatt. Mann, Mann, Mann. Also dieser Kabal hat ihm sehr geholfen. Mit drei Freezes oder sowas, die er herausbekommen hat. Ich glaube, das haben wir dadurch auch verloren. Aber Luis ist nun mal. Ich hatte mal jetzt keine nützlichen Zauber mehr, um mich zu töten. Ah, die Frost. Weil er die nicht gehabt hat, hätte ich gewonnen. Also er hat einen Kabal bekommen. Oh, der fette Blizzard, den er am Deck hatte. Wie ist das schon was Fieses in der Arena? Weil du hast normalerweise keine Spades, um das dann entgegenzuwirken. Ich frage mich, ob... Na, John Rambo, wie viele Antworten habe ich dir noch? Oh, Mann. Ach, ein Schaf. Natürlich. Und ein Kältegegel. Okay, irgendwann ist es halt auch zu viel, ne? Da können wir auch nichts mehr machen. Na gut, ist nur noch 4-2 bisher. Freunden hier lagen wir gegen Leute mit verdammt geilen Decks. Also, muss ich mich auch gar nicht schlecht fühlen, deswegen. Danke vielmals fürs Zusehen. Und vielleicht können wir beim nächsten Mal das Deck noch in die guten Gefilder buxieren. Bis dann, Leute. Tschüss. Wie ist die